Ja, und da haben wir wieder einen ganz tollen Gast. Genau, Nico Distler wird diese Frage für uns beantworten. Du darfst auch gerne schon mal zwischen uns kommen. Hi. Hi, Corinna. Hi. Ich stelle auch dich gerne kurz vor. Du hast ja deine Karriere in der Automobilbranche begonnen und dort internationale Projekte geleitet. Mittlerweile verbuchst du schon acht Jahre Projektmanagement-Erfahrung auf deinem Konto. Und als Projektmanager bei der Gambit verantwortest du gerade aktuell zwei SVHANA-Implementierungen und ein ganz neu angelaufenes Roadmap-Programm mit internationaler Beteiligung. Aber Nico, du begeisterst dich ja auch privat extrem für das Thema Digitalisierung, Innovation, Web3. Was macht das für dich aus? Ja, das ist richtig. Also alles, was unter dem Deckmantel Web3, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen läuft. Also Kryptowährung, Blockchain-Technologie, so ein bisschen als dezentrales und sicherer Datenspeicher, der auch nicht veränderbar ist. Ich halte sehr, sehr viel von dem Thema Metaverse, wo man, glaube ich, immersives und emotionale Storytelling sehr, sehr gut durchführen kann, Produktplatzierungen, Produktpräsentationen gut durchführen kann. NFT, also alles, was irgendwie mit diesen neuen Technologien zusammenhängt, finde ich super spannend. Natürlich auch privat, aber auch für die Gambit. Wir sind natürlich im Rahmen der Gambit auch ein bisschen dabei, das voranzutreiben, aber nicht zu viel Spoilern hier heute. Das andere Thema, das kommt an anderer Stelle. Genau, heute geht es ja um das Thema Public Cloud. Exakt. Du kriegst dein Gehalt aber nicht in Bitcoins. Nee, noch nicht, noch nicht. Vielleicht irgendwann. Genau, aber das hat ja auch viel mit Mindsets zu tun, ne? Also diese Begeisterung, ja, innovativ zu denken. Und wir sprechen im Rahmen von Cloud, von einem Cloud-Mindset. Und Nico, vielleicht sag doch nochmal, worauf kommt es bei einem Cloud-Mindset an? Ja, gute Frage. Ich würde mal vielleicht von einer anderen Perspektive starten. Also ich glaube, ein schlechtes Mindset wäre zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Es läuft auch bisher. Ich denke, damit kommt man nicht so weit. Man sollte offen sein für neue Dinge, auch mal mit sich mit den neuen Technologien beschäftigen, innovativ denken. Vielleicht outside the box auch mal denken, ist ja auch so ein schönes Passwort, was immer benutzt wird. Ich denke, man muss auf jeden Fall flexibel sein. Es wird Änderungen mit der Cloud geben, also in Geschäftsabläufen, in Geschäftsprozessen. Da muss man natürlich anpassbar sein. Flexibel sein. Und last but not least die Technologie verstehen. Natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Was ist die Cloud? Was sind Vorteile? Man ist flexibel, skalierbar. Man kann Ressourcen erweitern. Da vielleicht auch gewisse Konzepte mal kurz testen. Schneller testen, einfacher testen. Also das grundlegende Verständnis der Cloud sollte natürlich auch vorhanden sein. Dann haben wir immer noch dieses Fragezeichen bei den Eigenentwicklungen. Machen denn Eigenentwicklungen eigentlich so den Weg in die Public Cloud unmöglich? Oder gibt es dann Wege und Weichenstellungen, die man da durchaus schon jetzt treffen kann? Ja, unmöglich ist immer ein sehr starkes Wort. Deswegen, nee, natürlich ist es nicht unmöglich. Wir sind gute Überleitungen tatsächlich zum Vortrag. Gehen wir gleich darauf ein. Es gibt Möglichkeiten. Wir können natürlich, wir wollen den Kern freihalten von Entwicklungen. Deswegen haben wir nicht mehr die Möglichkeit, die Erweiterung, wie wir sie früher durchgeführt haben, weiterzumachen. Aber es gibt strukturelle Änderungen. Es gibt natürlich Standard-Tools der SAP, die wir nutzen können. Wir haben vorhin schon was gehört. In Bad at Steampunk zum Beispiel. BTP, Business Technology Plattform. Also da gibt es Möglichkeiten, wie wir die Erweiterung durchführen können, aber nicht mehr in der alten Welt. Auch hier das Mindset vielleicht ein Stück weit ändern und in diese neue Struktur übergehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir tauchen jetzt tiefer ein in das Thema. Wird auch ein bisschen technischer. Genau. Und da überlassen wir dir jetzt die Bühne. Ja, sehr gerne. Dann nochmal danke für die Vorstellung. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr nötig. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich tierisch auf den Vortrag jetzt gleich. Ihr seht schon das Thema hier, schon ready für die Public Cloud. Wir gehen so ein bisschen tiefer. Was sind die Ausgangssituationen? Was sind die Basis sozusagen, von der man startet, um in die Public Cloud zu gehen? Ich freue mich drauf. Lasst uns gemeinsam starten. Wenn man... Ich muss gerade mal kurz Technik nochmal fragen. Ich drücke hier drauf, aber die Folie geht nicht weiter. Soll ich mit dem Laptop weitermachen? Dann gibt es da mal. Technische Probleme gibt es natürlich ab und zu immer, aber die kriegen wir gelöst. Geht's wieder her? Super. Ich danke dir, Janne. Wenn man das Thema Public Cloud oder sich grundsätzlich mit der Public Cloud beschäftigt, dann ist natürlich erstmal die Frage, wie ist die Ausgangssituation, wie sind Kundengruppen aufgeteilt, dass man da auch entsprechend in die Public Cloud gehen kann. Wie ihr seht, wir haben hier mal drei Kundengruppen aufgeteilt oder aufgezeigt, für die der Weg in die Public Cloud natürlich mit hohem Potenzial verbunden ist. Grundsätzlich gibt es einmal den Neukunden, also all die Kunden, die momentan noch kein SAP-System im Einsatz haben, die vielleicht irgendeine andere Software im Einsatz haben oder vielleicht auch neu gegründet haben und jetzt neu SAP nutzen wollen, also alle Neukunden sozusagen. Als zweites haben wir den SAP-ECC-Bestandskunden, also jemand, der bereits ein SAP-System nutzt, noch nicht auf S4H nachgegangen ist, sondern auch ein ECC-Kunde ist. Für beide diese Ausgangssituationen sozusagen gibt es den Greenfield-Ansatz. Wir können eine Neuimplementierung durchführen, grün in die Public Cloud ziehen. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite hier noch, haben wir SAP-S4HANA Bestandskunden, also alle Kunden, die bereits im Zeitraum ab 2015 auf S4HANA gegangen sind und aktueller Bestandskunde sind. Auch hier sehen wir, wir haben die Möglichkeit der Neuimplementierung, also wir können natürlich einen Greenfield-Ansatz fahren und grün in diese Public Cloud eintauchen. Jetzt mal weiter drücken, dann können wir hier hin. Ein sogenannter Lift-and-Shift-Ansatz, mit dem wir uns jetzt heute noch näher beschäftigen werden. Wir sehen hier schon mal, wir haben für den S4HANA Bestandskunden einmal die Möglichkeit, neu zu implementieren, also einen typischen Greenfield-Ansatz zu gehen, oder wir können einen sogenannten Lift-and-Shift-Ansatz fahren und dann auch in die Public Cloud kommen. Wenn wir uns den Bestandskunden mal etwas näher anschauen, dann sehen wir, wenn wir den mal tiefer legen, dann sehen wir, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie er in diese Welt gekommen ist. Wir haben einmal den Early Mover, das sind all diejenigen, die im Zeitraum 2015 bis 2019 auf S4 gegangen sind. Da gab es natürlich diese Standardwelt mit dem Best-Practice, das ist im Zeitraum 2018, 2019 noch nicht so, aber sie sind grün schon auf ein S4HANA-System gegangen. Dann sehen wir hier, wir haben einmal natürlich den typischen Brownfield-Konvertierer, also eine technische Konvertierung des Systems. Das heißt, wir hatten ein SAP-ECC-System, wir wollten auf ein S4-System, wir haben die ganze alte Welt mitgenommen, da wurde nicht alles neu gebaut. Wir haben die alten Prozesse mit übernommen, die alten Tools mit übernommen, eine typische Brownfield-Konvertierung. Das ist die zweite Variante. Wenn wir weiterschauen, sehen wir hier eine dritte Variante. Hier ist es super wichtig zu verstehen, ein Greenfield-Ansatz auf S4, aber ein Fit-to-Standard-Ansatz. Kein Fit-to-Standard, sondern ein Fit-to-Gap-Ansatz, Entschuldigung. Ein Fit-to-Standard heißt natürlich, wir nehmen den Standard als Basis, wir wollen uns sehr, sehr stark am Standard orientieren. Das war in diesem Szenario nicht der Fall, sondern ein Fit-to-Gap-Ansatz. Fit-to-Gap in dem Fall, das kennt ihr alle, der Berater kommt mit einem leeren Blatt Papier zu euch, hat gesagt, sagt mir eure Anforderungen, ich baue euch die Welt, so wie ihr sie haben wollt. Also hier wichtig zu verstehen, nicht die Standard ausprägen, sondern Fit-to-Gap. Als vierten haben wir noch die Private Cloud sozusagen mit einem RISE-Ansatz. Ist jemand ebenfalls bereits auf S4, in der Private Cloud lebt er sozusagen und er möchte den Weg in die Public Cloud gehen. Also wir haben hier vier Möglichkeiten erstmal, wie ein aktueller SAP-Bestandskunde auf S4 gekommen ist. Jetzt haben wir diese nochmal mit gewissen Indikatoren tiefer gelegt. Public Cloud, wir haben natürlich heute Morgen schon was gehört, Best-Practice-Durchdringung. Natürlich ein elementarer Bestandteil, um in die Public Cloud einzuziehen. Wenn wir uns mal anschauen, wir sehen ja den Early Mover, wir haben eine sehr geringe Durchdringung. Hier sei nochmal gesagt, das sind natürlich jetzt keine statistischen Kennzahlen, die wir hier erfasst haben, sondern das ist ein repräsentativer Durchschnitt aller unserer Kundenerfahrung und die Erfahrungen, die wir natürlich auch in-house haben. Also wir sehen, Early Mover, wichtige Daten, 2015 bis 2019 auf S4 gegangen. Die Wahrscheinlichkeit der Best-Practice-Durchdringung ist sehr gering. Warum? Im Jahr 2018, 2019 gab es schlichtweg einfach nicht viele Best-Practices, sodass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass mit diesen auch momentan nicht gearbeitet wird. Dann haben wir den System-Konvertierer, also einen Brownfield. Hier sehen wir auch, die Wahrscheinlichkeit der Best-Practice-Durchdringung ist sehr gering. Auch hier schlichtweg im ECC, es gibt keine Best-Practices. Ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben, hier ist aber noch so eine kleine Lücke. Das ist natürlich Absicht. Wir haben natürlich erstmal grundsätzlich keine Best-Practice-Durchdringung, aber wenn neue Komponenten hinzugekommen sind, dann ist natürlich immer die Möglichkeit, dass diese dann auch im Standard umgesetzt wurden. Also hier absichtlich natürlich eine kleine Lücke gelassen. Dann haben wir den klassischen Implementierer hier, deswegen hatte ich es gerade auch nochmal so speziell gesagt. Wir haben einen Fit-to-Gap-Ansatz gefahren und keinen Fit-to-Standard. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewisse Standards schon nutzen, gewisse Best-Practices der SAP schon nutzen, ist durchaus gegeben. Sie beträgt jetzt nicht 80, 90, 100 Prozent, sondern eben zwischen 20 und 40 Prozent. Private Cloud ebenfalls, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir diese Best-Practices nutzen, aber im Vergleich zu 1, 2, 3, 4 oder zu 1, 2, 3 ist natürlich die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass die Best-Practice-Durchdringung hoch ist. Darüber hinaus sei gesagt, man kann natürlich 1, 2, 3, also es kann natürlich ein Early-Mover, ein System-Konvertierer oder eine klassische Implementierung durchgeführt worden sein und danach geht man auf die Private Cloud. Beispiel, man kann natürlich 2019 mit Braun auf S4Hner gegangen sein von ECC und ist danach mit einem RISE-Ansatz in die Private Cloud eingezogen. Ein zweiter Punkt ist natürlich die Modernität der Architektur. Wir müssen schauen, dann sehen wir einmal System-Konvertierer, hatten wir eben gesagt, alte Welt in die neue Welt übertragen, ohne Änderungen, wenn wir die Basis, die Thomas heute Morgen in dem Vortrag vorgestellt haben, einmal als Benchmark nehmen, also das sind sozusagen 5 von 5 Punkte, 100 Prozent, dann ist natürlich der System-Konvertierer sehr, sehr weit von dieser modernen IT-Architektur entfernt. Wenn wir uns den Early-Mover oder den klassischen Implementierer, auch hier wieder wichtig zu sehen, Fit-to-Gap als Basis nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit auch hier sehr gering, dass die moderne IT-Architektur, wie wir sie heute Morgen gesehen haben, in dieser momentan so gelebt wird. Die größte Wahrscheinlichkeit ist ja tatsächlich in der Private-Clause zu finden, aber auch hier, wir reden nicht von einer hundertprozentigen Übereinstimmung, sondern natürlich sind da noch gewisse Differenzen. Wenn wir uns einmal die typische Architektur für so einen Lift-and-Shift-Ansatz anschauen, dann sehen wir, wir haben natürlich einen S4-HANA-Kern, wir haben Prozesse und Customizing, wir haben kundeneigene Entwicklungen und Erweiterungen, wir haben Best-Practice, hier zu verstehen natürlich nochmal ganz wichtig, es werden teilweise Best-Practices benutzt, der Großteil der Best-Practices ist außerhalb des Kerns gelagert und somit nicht in Nutzung. Wir haben unsere Daten, also unsere Stamm- und Bewegungsdaten und unsere kundeneigenen Erweiterungen an den Datenfeldern. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann sehen wir hier, Quellsystem, also als Ausgangssituation für einen Lift-and-Shift-Ansatz, das Quellsystem ist ein S4-HANA-System. Wichtig zu verstehen, wir sprechen nicht über ein ECC-System, wir sprechen nicht über ein anderes System, wir sprechen über ein S4-System. Zweitens, das Quellsystem ist ein Monolith. Auch hier, wir können natürlich den Lift-and-Shift-Ansatz ein-, zwei-, dreimal durchführen, aber wir reden hier nicht von einer Konsolidierung mehrerer Systeme. Also das Quellsystem ist ein Monolith. Zielsetzung ist natürlich nicht, x-mal einen Lift-and-Shift-Ansatz durchzuführen. Im Quellsystem wurden kundeneigene Z-Entwicklungen und Erweiterungen in einem noch beherrschbaren Ausmaß vorgenommen. Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, was ist denn ein noch beherrschbares Ausmaß? Natürlich haben wir jetzt keine Kennzahl, ab x-Entwicklungen ist das nicht mehr möglich, sondern wir sagen natürlich 50, 500, 5000 ist okay, aber es können sicherlich keine 50.000 sein, die wir da betrachten müssen. SAP Best Practices werden gar nicht oder nur in limitiertem Umfang genutzt. Haben wir hier schon gesehen, die Best Practice Abdeckung ist sehr gering, also einer dieser sechs Kästen hier ist innerhalb des Kerns und die anderen sind außerhalb, also Best Practices werden nicht genutzt oder nur in sehr limitiertem Umfang. Kommen wir von dem Quellsystem und möchten in die Zielarchitektur. Das hatten wir gerade gesehen, wir möchten gerne in die Zielarchitektur. Thomas hatte das vorhin ja auch schon mal erklärt, ich würde für alle, die noch nicht dabei waren, vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie eine moderne IT-Architektur auszusehen hat momentan. Wir haben eine S4-HANA-Kern mit den Best Practices, Public Cloud Edition, wir haben, wenn wir überall, wo die Best Practices nicht ausreichen, können wir das Extensibility Framework, das SAP Standard Tool nutzen, um erlaubte Erweiterungen zu nutzen. Sollte das nicht ausreichen, können wir immer noch auf unsere Hunderttausende auf die Business Cloud Apps zugreifen, also sozusagen den SAP Store. Bin mir sicher, andere Unternehmen haben ähnliche Anforderungen, wie ihr sie momentan habt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass es bereits dafür Lösungen gibt, die man via Plug-and-Play-Integration an das System anschließen kann. Das heißt, wir bedienen uns erst mal an den Lösungen, die momentan schon vorhanden sind. Werden wir hier allerdings auch nicht fündig, weil die Anforderungen so speziell sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, eigene Apps zu entwickeln. Und diese dann natürlich, wir haben Umfeldsysteme und diese werden mit Echtzeitschnittstellen an das System angeschlossen, alles kommuniziert in Echtzeit miteinander. Jetzt werdet euch die Frage stellen, ja gut, Nico, wie komme ich denn von hier nach hier? Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben drei Schritte, um von dem Quellsystem in die Zielarchitektur zu kommen. Wir schauen uns einmal an, Prozesse und Customizing. Danach schauen wir uns an, die Entwicklung und die Backlogs und anschließend und auch abschließend die Stamm- und Bewegungsdaten. Wichtig, wir schauen hier aus einer rein technischen Perspektive erstmal drauf, also das Projekt an sich, da ist noch Change Management, Test Management, Trainings Management drin. Da wird der Christian, ich glaube im Nachgang zu diesem Vortrag nochmal was zu sagen. Das heißt, wir betrachten das Ganze rein aus technischer Sicht. Schauen wir uns den ersten Schritt an, Prozesse und Customizing. Also wir bewegen uns hier vorne in diesem oberen Bereich. Was werden wir als erstes tun? Wir sehen, haben wir heute Morgen auch schon gehört, die SAP hat für die Public Cloud Edition sehr, sehr viele Best Practices, über 650 sind es glaube ich momentan. Wir sehen, hier sind einige davon relevant, einige davon sind vielleicht nicht relevant. Wie sieht der erste Schritt aus? Wir nehmen nur die Prozesse, die aktuellen As-Is-Prozesse eurer Unternehmen, also eure Prozesse nehmen wir einmal auf, das darunterliegende Customizing und übersetzen das in die SAP-Sprache, in die Best Practices. Also überall, wo die SAP Lösungen anbietet für eure aktuellen Prozesse, die ihr habt, nutzen wir diese natürlich auch. Es wird natürlich auch einige Themen geben, da wird es nicht funktionieren. Da haben wir sogenannte Backlogs. Was sind Backlogs? Backlogs sind Rückstandslisten, bei denen alle Anforderungen, alle Inhalte aufgenommen werden, bei denen die Best Practices nicht ausreichen. Die müssen wir natürlich auch anschauen. Ihr habt gewisse Prozesse im Unternehmen, die müssen weiterhin durchgeführt werden, also diese werden in die Backlogs aufgenommen. Wir schauen uns ein Purchase to Pay an, ein Plan to Produce, wir schauen Inspection to Quality an, wir schauen eure gesamten Prozesse an und übersetzen diese in die SAP-Sprache. Wenn wir jetzt in den zweiten Schritt gehen, sehen wir Prozesse und Customizing ausgeknipst. Was bleibt noch über? Wir haben kundeneigene Entwicklungen, wir haben kundeneigene Erweiterungen, die an Datenfeldern durchgenommen wurden oder vorgenommen wurden und wir haben Backlogs. Jetzt hatte der Helge heute Morgen schon einmal kurz die Frage gestellt, die ein bisschen vorweggenommen wurde, natürlich wollten wir den Kern freihalten in Zukunft, das heißt, wir werden nicht mehr am Kern etwas programmieren und müssen das in eine andere Struktur bringen. Wie kann so eine Struktur aussehen? Orientieren wir uns wieder an der modernen IT-Architektur, erinnern wir uns an diesen Kreis von gerade eben, nutzen wir als Prio 1 sozusagen als präferierte Lösung erstmal das Extensibility Framework. Also alle Backlogs, alle Entwicklungen, alle Erweiterungen werden zunächst mal über das Extensibility Framework versucht zu lösen. Sollte das nicht ausreichen, haben wir immer noch die Möglichkeit, Standard-Apps zu benutzen. Also wir bedienen uns am SAP-Store, es wird mit Sicherheit Lösungen geben, um gewisse Anforderungen abzudecken und können uns somit erstmal an den Standard-Apps bedienen. Als finale Lösung, dritter Schritt, haben wir die Transformation der Erweiterungen in Apps. Also was bedeutet das konkret? Wir nehmen die Struktur, wie wir sie hier haben und appifizieren diese. Also wir versuchen, diese in Apps abzuwickeln, damit wir diese wieder an die gesamte moderne IT-Architektur ankoppeln können. Dritter Schritt, ihr seht, es wird immer dunkler auf der linken Seite. Wir haben Prozesse ausgeknipst, Customizing ausgeknipst, wir haben Entwicklungen, Erweiterungen ausgeknipst, die Best Practices haben wir natürlich berücksichtigt. Was bleibt über? Daten. Grundsätzlich gibt es in einem System Stamm- und Bewegungsdaten. Stammdaten sind Datensätze, die relativ wenige Änderungen, an denen wenige Änderungen vorgenommen werden in einem gewissen Zeitraum. Das kann zum Beispiel die Stammdate Max Mustermann sein, mit einer gewissen E-Mail, mit einer Adresse, mit einer Zahlungsverbindung, also Daten, an denen wenige Änderungen vorgenommen wurden. Darüber hinaus gibt es Bewegungsdaten, das ist zum Beispiel eine Transaktion, das Erstellen einer Rechnung. Wenn wir uns anschauen, das werdet ihr alle auch sehr gut kennen schon, wie bringe ich die Daten in ein neues System, ETL, also Extract, Transform, Load. Wir werden zunächst mal die Stamm- und Bewegungsdaten extrahieren. Anschließend werden wir sie transformieren. Hier möchte ich gerne nochmal ein Beispiel bringen, weil ich glaube, das gegebenenfalls zu technisch werden könnte. Ich bin mir sicher, Sie alle werden gewisse Zahlungsziele im System haben. Da gibt es natürlich auch die wildesten Kombinationen, es kann 30, 40, 60, 90 Tage sein mit X-Prozent-Scontor. Wie gesagt, da kann es verschiedene Kombinationen geben. Die heißen beispielsweise in dem alten System, auf dieser Seite heißen die Z0123. Jetzt wollen wir uns natürlich an dem SAP-Standard orientieren. Dort gibt es vielleicht schon 30 Tage, es gibt 40 Tage, 90 Tage, gibt es bereits, aber die heißen nicht mehr Z0123, sondern ABC. Das heißt, wir müssen eine Transformation der Daten vornehmen, um vom alten ins neue System zu können. Anderes Beispiel, wenn die Stammdatenpflege zum Beispiel nicht gut war. Das heißt, die Stammdate Max Mustermann ist fünfmal im System vorhanden, weil entsprechend die Pflege nicht gut war. Was wollen wir haben? Wir wollen natürlich Duplikate entfernen und nur einmal die Stammdate Max Mustermann vom alten ins neue System bringen. Nachdem die Daten transformiert wurden, gehen wir auf die Seite hier, nachdem die Daten transformiert wurden, müssen natürlich die Daten noch ins System geladen werden. Hier gibt es auch von der SAP ein Standard-Tool, das nahezu alle Anforderungen abdeckt, das ist Migrate Your Data. Nachdem die Daten extrahiert wurden, transformiert wurden, laden wir die Daten sozusagen ins System mit Migrate Your Data und sollte die SAP auch APIs zur Verfügung stellen, haben wir natürlich die Möglichkeit, für überall, wo Migrate Your Data nicht alle Anforderungen abdeckt, neue Apps zu entwickeln, diese anzuschließen und damit die Daten in das System zu laden. Jetzt werdet ihr schon wissen, was als nächstes kommt. Hier wird es immer dunkler. Wir können das alte System stilllegen. Wir haben eigentlich den Weg in die Public Cloud erfolgreich geschafft. Wir haben Prozesse Customizing ausgeklipst, wir haben Entwicklungen, Erweiterungen übernommen und die Daten ins neue System migriert und haben somit den Weg in die eine moderne, zeitgemäße IT-Architektur geschafft. Kurze Recap nochmal als Beispiel. Wir haben, oder als Zusammenfassung, wir haben natürlich S4HANA, Best Practice als Kern, Extensibility Framework, wir finden hier unsere Erweiterungen, Entwicklungen und Backlogs wieder. Wir nutzen überall das Extensibility Framework, wenn immer möglich. Falls nicht, nutzen wir die SAP Business Cloud Apps in SAP Store, bedienen uns Lösungen, die bereits vorhanden sind. Falls nicht möglich, nutzen wir eigene Apps, schließen natürlich die Umfeldsysteme an und alles kommuniziert in Echtzeit miteinander. Jetzt haben wir zu Beginn der Präsentation von Greenfield gehört und von einem Lift-and-Shift-Ansatz. Jetzt würden wir diese gerne nochmal zusammenfassen. Wir haben mal gewisse Kategorien, Indikatoren gegenübergelegt und diese entsprechend zu bewerten. Blueprint bei einem Greenfield-Ansatz sind natürlich die SAP Best Practices. Wir wollen die SAP Best Practices maximal nutzen und hier in den Standard gehen. Bei einem Lift-and-Shift-Ansatz nutzen wir die vorhandenen Prozesse. Wir haben bereits ein Template und diese werden in die Best Practices übersetzt. Dementsprechend, der Projektansatz ist nicht Fit-to-Standard, wie er bei einem Greenfield-Ansatz ist, sondern Adapt-to-Standard. Also ich adapte, ich passe die vorhandenen Prozesse, die ihr momentan im System habt, an die SAP Best Practices an. Change Management ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr kritisches Thema. Wir sprechen natürlich bei einem Greenfield-Ansatz von einem ganz anderen Scope als bei einem Lift-and-Shift-Ansatz. Wir reden beim Lift-and-Shift den Weg in die Public Cloud. Da gibt es nicht die Konsolidierung mehrerer Systeme in ein System. Prozesse ändern sich nicht in der Art und Weise. Wir müssen die Leute in die Schulen nicht mitnehmen. Das heißt, Change Management ist natürlich beim Greenfield-Ansatz extrem kritisch und wichtig. Bei einem Lift-and-Shift-Ansatz wir haben wenig prozessuale Änderungen. Warum? Blueprints sind vorhanden in Prozesse, aber es gibt natürlich Änderungen, beispielsweise an der UI mit den Fioris. Dementsprechend Kundenkapazität werden wir auch weniger brauchen, aufgrund eines geringeren Scopes der Projekte. Laufzeit ist dementsprechend auch wesentlich geringer. Ein wichtiger Punkt, natürlich damit einhergehend, sind aber auch die Optimierung und Konsolidierungsoptionen wesentlich geringer. Bei einem Greenfield-Ansatz eine grüne Wiese vor uns, da können wir natürlich alles neu machen, wie wir es wollen. Wir haben gerade den Ansatz gesehen, ist bei einem Lift-and-Shift-Ansatz nicht der Fall. Das Ganze spiegelt sich aber natürlich auch in den Kosten wieder, sodass ein Lift-and-Shift-Ansatz natürlich mit weniger finanzieller Kaufkraft verbunden ist als ein Greenfield, bei dem alles neu gemacht wird. Gegeben ein ganz großes Projekt mit vielen, vielen Wellen, einem großen Rollout über mehrere Jahre. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Lift-and-Shift-Versus-Greenfield ein bisschen näher bringen. Wäre mit dem Vortrag am Ende und bin gespannt, ob es noch ein, zwei Fragen gibt von der Community.